Offshore-Firmengründung 2017. Ist es legal? Ich zeige Ihnen, wie Sie legal Ihre Offshore-Company weiterhin nutzen dürfen. Sie lernen ausserdem, wie Sie Ihre Offshore-Firma am besten aufsetzen, damit sie steuerlich anerkannt wird. Guten Tag, mein Name ist Enzo Caputo von SwissBankingLawyers.com. Die klassische Offshore-Firma hat keine Angestellte und keine Geschäftsräume, die effektiv auch benutzt werden. Sie ist ein reines Investmentvehikel, um das Bankkonto im Namen der Firma und nicht in ihrem Namen zu halten. Die klassische Offshore-Firma wurde unter anderem missbraucht, um unversteuertes Geld vom Herkunftsland zu verstecken. Ein Geschäftsmodell, das von Schweizer Banken und Agenturen für Jahrzehnte genutzt wurde. Aktuell bieten immer noch zahlreiche Offshore-Verkaufsagenturen diese veralteten Strukturen zum Low-Budget-Preis an. Trotz des automatischen Informationsaustausches gibt es immer noch gutgläubige Interessenten, die vermeintlich eine sichere Struktur erwerben. Die anonymen Offshore-Agenturen stellen die Firmengründungsunterlagen schnell zu. Jedoch wartet man auf die versprochene Firmenkontoeröffnung vergeblich. Mehr als 100 Staaten haben 2014 in Berlin zugestimmt, sensible Kundendaten gemäss dem Standard für den automatischen Informationsaustausch Common Reporting Standard miteinander auszutauschen. Es ist unmöglich, ein Bankkonto für eine Offshore-Firma zu eröffnen, wenn das Geld nicht versteuert ist. Hier in der Schweiz erhalten Banker einen Bonus, wenn sie ihre Kunden überreden, die Schwarzgelder zu legalisieren. Offenzulegen, vertrauen sie keiner Offshore-Agentur, die ihnen Offshore-Firmen mit Schweizer Konten versprechen. Es ist heute unmöglich, das Finanzamt mit klassischen Offshore-Firmen zu überlisten. Das funktioniert nicht mehr. Es ist 100% legal, eine Offshore-Firma, zum Beispiel in Malta, einzurichten und mit Personal- und Geschäftsräumen auszustatten. Wenn Sie über Malta Geschäfte machen, benötigen Sie dort eine richtige Firma mit Substanz. Die Besteuerung dort ist sehr attraktiv. Sie zahlen in Malta nur 5% Einkommensteuer. Es ist 100% legal, eine Firma in Malta zu gründen und nur 5% Steuern auf die Einnahmen zu zahlen. Aber die steuereffiziente Einrichtung ist in Malta nicht so einfach, wie sie dargestellt wird. Sie benötigen eine hochqualifizierte Beratung, um eine internationale steuerlich effiziente Struktur aufzubauen, wenn die von den Steuerbehörden abgesegnet wird. Vertrauen Sie keiner Offshore-Agentur, die nur standardisierte Lösungen nach Schema F verkaufen. Das sind keine internationale Steuerexperten. Die falsche Struktur kann Sie viel Geld kosten und sogar ins Gefängnis bringen. Lassen Sie es nicht zu, dass Ihre geschäftliche Zukunft aufs Spiel gesetzt wird, weil Sie bei der Gründungsberatung einige Tausend Euro gespart haben. Da sparen Sie am falschen Ort. Wenn Sie ein internationaler Geschäftsmann sind und die Steuerwirkung bis zum Maximum optimieren wollen, dann greifen Sie jetzt zum Telefon und wählen Sie jetzt 004144-212-4404. Unsere Strukturen basieren immer auf die aktuellsten und letzten Entwicklungen im internationalen Steuerrecht. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.